Wenn das Millionärskind auf der Gamescom ist... Ah, Fridolin, da bist du ja endlich. Sogar mit Natalia. Ich musste ja kommen. Bro, heute kommt der berühmte YouTuber Montana Black. Kommt doch, Christian Lindner. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich hab 1000 Divacs auf dem Fortnite-Konto. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Minus 420 Euro. Finanzamtwanderer. Bro, das ist ja schrecklich hier. Darauf brauch ich erstmal was zu essen. Das war mal wieder klar, Digger. Bro, was machst du da? Du kannst es doch nicht einfach nehmen? Natürlich. Die Gamescom gehört mir. Ich bin der Chef. Hab ich ja ganz vergessen, dass du ein Millionärskind bist.